Musik Einzigartig und unvergesslich ist es, Kappadokien auf dem Rücken eines Pferdes kennenzulernen. Wildpferde haben sich bis heute ihr Revier in der Türkei bewahrt. Doch wir starten unsere Tour hier in der Kappadokia Horse Ranch. Obwohl wir keinerlei Reiterfahrung haben, können wir unbesorgt an dieser geführten Tour teilnehmen. Gemütlich geht es durch eine traumhafte Märchenlandschaft, an der wir uns gar nicht satt sehen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 UNTERTITELUNG Wir kommen auf ein Plateau, an dem sich die verschiedensten Reitergruppen hier aus der Gegend treffen. Ich zähle ca. 50 Pferde, die hier versammelt sind. Hier oben machen wir eine Rast und sehen, wie von unten die Ballons zur Sonnenuntergangstour starten. Teilweise kommen sie so nahe, dass man fast den Passagieren die Hand reichen könnte. Wir treten wieder unseren Rückweg an, die Schatten werden immer länger und die Landschaft hüllt sich in ein dezentes Abendrot. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Unsere Mutter Erde hat so viel Schönes zu bieten, doch hier bei Sonnenuntergang ist eines der Momente, an dem wirklich Glückshormone frei werden. Ein absolut unvergessliches Erlebnis.